Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute ein paar Vokabeln in der Gaststätte, en la Taberna. Gaststätte, Gaststätte, Taberna, Taberna. In dieser Gaststätte servieren sie traditionelle Gerichte. In esta Taberna sirven Platos Tradicionales. Bestellung, Bestellung, Pedido, Pedido. Ich möchte gerne meine Bestellung aufgeben. Me gustaría hacer mi pedido. Me gustaría hacer mi pedido. Küche, Küche, Cocina, Cocina. Der Koch bereitet die Speisen frisch in der Küche zu. Der Koch bereitet die Speisen frisch in der Küche zu. El Cocinero prepara los platos frescos en la Cocina. El Cocinero prepara los platos frescos en la Cocina. Ich bin auf der Suche nach einem kulinarischen Erlebnis. Ich bin auf der Suche nach einem kulinarischen Erlebnis. Estoy buscando una experiencia kulinaria. Bedienung, Bedienung, Servicio, Servicio. Die Bedienung ist sehr aufmerksam und freundlich. El Servicio es muy atento y amable. Tischmanieren, Tischmanieren, Modales en la Mesa, Modales en la Mesa. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Es ist wichtig, die Tischmanieren zu beachten, wenn man auswärts ist. Vielen Dank.